War es die schnelle 2-0-Führung innerhalb von 3-4 Minuten, die den Sieg sicherstellte? Nein, das will ich nicht sagen. Wir waren von Anfang an besser gewesen als Karmannstadt. Wir haben aggressiver gespielt. Das war unser Grund. Das war normal gewesen. Und haben wir eigentlich auch dann bis zu schon die Grenze abgesteckt. Sicherlich, wir haben noch zwei Pfosten und Blattenschüsse gehabt. Wenn das rumgegangen wäre, wäre es vielleicht noch mehr geworden. Aber ich bin natürlich erst mal über die Saison bevor. Also, ich gratuliere Ihnen nochmal, wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Viel Spaß mit Ihrer Mannschaft am heutigen Abend. Vielen Dank.